Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake. Und das am 2. Februar 2023. Ja, wir haben schon vor, glaube ich, ein, zwei Wochen mal gespielt und jetzt geht's hier mal weiter. Wer dabei sein will, lasst einfach mal eine Bewertung da. Ich werde mal meinen Skater ein bisschen umkostümieren, weil so gefällt er mir nicht. Gott, was für Mütze, was für Mütze das hier gibt? Überlege mir, was kann ich denn eben aufsetzen? Ich überlege mir das jetzt ernsthaft. Gott. Oh Gott, ey. Ein Football-Lame. Nee. Auch nicht. Das ist es nicht. Mal gucken, wie viel gibt's denn hier. Oh mein Gott. Lila. Ja, stimmt. Die muss ich noch holen. Mal gucken, wie es bei den Schuhen aussieht und bei der Kleidung. Nein, ich wollte auf die Kleidung. Bist du eigentlich behämmert? So, mal gucken. Oh Gott, das passt nicht so. Ich brauch da was Elegantes, Sportliches. Das ist cool. Da sind doch das. So, hab ich jetzt ausgegeben. Ich hab genug Kohle. Ähm. Jetzt die Hose. Oh mein, ich will die Hose. Warte mal. Hm, ob das passt? Schön mit Löschern. Ist doch cool. Stylisch. Das würde doch eher gehen. Das ist cool. Kaufe ich mal. So. Schuhe. Wollte ich mal schauen. Mh, was denn immer denn da bloß? Ich bin gerade... Ich würde vielleicht sogar sagen... Die hier. Mh. So, Socken habe ich jetzt noch. Jetzt gibt's Socken. Ich würde sowas sagen. Persönlich. Das hier. So. Jetzt habe ich dir mal ein bisschen was gegeben. Dann gucke ich mal noch Logos. Für das Board. Gott. Drachen-Logo. Äh. Ja. Müssen wir mal gucken, welches wir da nehmen. Ich würde persönlich sagen, es sind schon ganz schöne dabei. Was dem Ganzen so ein bisschen so die Coolness bringen würde. Guck mal. Ja, für ein Board. Ist ein King? Oh, hier. Nike. Ich würde persönlich sagen, jetzt so. Äh. Um die Coolness mal ein bisschen aufzunehmen, den hier. Guck mal. Ich weiß nicht. Oder ein Stier. Ist auch nicht schlecht. Oh, komm mal rein. Ich muss mal ganz nach unten, was es noch alles so gibt. Guck mal, eine Venus-Fliegenfalle. Nee. Nee. Hm. Oh Gott. Ist das gesehen? Was sagst du denn? Immer höher. Hier. Was sagst du denn? Das ist... Das Gieschen? Ja. Ja. Das ist ein Fisch oder was. Ja, soll ich mal ein Fisch draufkleben? Das ist doch coolerer irgendwie. Hier ist eine Qualle. Ich weiß nicht, dass du denn morgens. Oder den Bohnen gerätten Fisch. Gott, ne. Ich mach mal das. So, dann gucken wir weiter. Tattoos. Was soll ich denn für ein Tattoo tragen? Würde ich gerade mal. Hm. Oh Gott, hier gibt's so... Ja, muss ich mal gucken, ob's hier... Gibt's sogar hier auch. Das ist das Arm-Tattoo. Ja. Ja, ich find's nicht schlecht. So, das wär's für den Arm. Ich guck mal für den anderen Arm. Reicht ein Tattoo oder... Beide Seiten? Hier. So, was gibt's denn noch? Äh... Ne, ich glaube... Ist das hier noch? Oh ja, das Board. Mal gucken, Patch-A-Fahrer nehme ich denn. Ist das für das Deck? Ich würde persönlich sagen, ich kann mir sogar auch ein H2O-Deck darauf machen, aufs Skateboard. Geht's. Ja, da... Und dann mach's nicht. Und du hast dein eigenes Ziel? Ja, damit... Das hier mach ich das doch gerade. So, ich überlege, ob ich nicht ein Board nehme, was jetzt gerade passen könnte. Hier ist das mal ganz cool, sowas. Was haben wir denn hier noch? Gap Traps. Weil ich erstelle gerade so ein bisschen mein Board. Da gibt es... Da gibt es sogar früher noch einen Tony Hawk. Da kannst du auch die Charaktere austauschen. Männlich, weiblich, die Gestalten von H, Farbe, H, Augenbraue und alles andere und auch Board. Ich glaube mal, ich war hier noch gar nicht fertig. Egal, Spiel. Oh Gott, hier gibt es noch so viele. Das hier? Ist das ein Wassereffekt oder ist das ein Wassereffekt? Das ist ein Wassereffekt. Sieht so ein bisschen so batikmäßig aus. Ja. Sieht so wie eine Wasserelle. Und hinten liegt so wie eine Wasserelle. Ich glaube, wenn ich das im Spiel freischalte, hole ich das mal, dann rüste ich das mal aus. Das Board. Aber erst mal nehme ich... Erst mal nehme ich mal das hier. So. Dann gibt es hier noch Rolle. Ach, die Rolldinger. Ich glaube mal, ich nehme mal... Oh, dieses... Oh, Disco. Klappe, ey. Anderes Lied. Äh, ich glaube, ich nehme das hier. So. Da haben wir jetzt unseren Skater aufgetoppt. Mal sehen, was ich zu tun muss. Ja, abholen. Gerne. Was haben wir denn hier alles? Oh Gott. So viel noch zu tun. Ja, Profil ist ja das. Hier gibt es Multiplayer, Schöpfer, eigene... eigenen Park erstellen. Okay. Gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid, was wir noch machen müssen. So, Skate-Touren. Auf geht's. Äh, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch vor uns haben. Äh, ich würde persönlich sagen, was wir hier noch... Alles freigeschaltet? Nee. Okay. Dann machen wir mal hier weiter bis Streets. Jetzt haben wir Skate. Äh, No Scrap über die, äh... Das kann schon fehlen, oder? Mhm. Also, das glaube ich sofort. Jetzt habe ich mir auch gewöhnt, oder? Nein, mein Gott. Mhm. Wie lange wirst du heute wach bleiben, überhaupt? Ja, ich glaube, ich spiele das jetzt mal so ein Stündchen und dann spiele ich mal was anderes. Jetzt hätte ich doch einfach mal so ein bisschen abwechseln zwischen Sport und... Ich will einfach mal verschiedene Genres spielen. Nicht nur Shooter, auch mal Sport. Ja. Hm. Okay. Ach, die Dinger, ja. Okay, dann weiß ich schon. Das war so ein Waggon, der mich hier fast, äh, angefahren hätte. Oh, ich wieder hoch. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich da rankomme. Hab da so eine... Ah, ich weiß schon, wie. Weil da oben ist das Hidden Tape. Das brauche ich. Hm. Ich möchte mal, dass wir zu zweit mal Minigolf spielen gehen. Ja. Noch mal eine Gondel. Ach, du sollst doch da landen, ey. Scheiße, ernsthaft. Ich wollte einfach nur da oben hin, zum Hidden Tape. So, jetzt einfach mal hier hin und... Ui, da fliegt er. So, jetzt hat er das. Nein! Ich wollte nicht runterfliegen. Eieiei, ey, das... Ey, die Aufgabe ist wirklich nicht einfach. Das ist mal im Ernst. Ach, ja. Ja, du sollst hier kein... Retry! So. Und das Herz ist echt schön. Das wärmt einfach meine Gedanken auf. Ja, hast du wirklich gut gemacht. Hast du dir... Hast du dir gut ausgedacht. Oh Gott, ey. Da gibt's, äh... Hier, Litzkribob in, äh... Turnhooks Pro Skater 3. Oh mein Gott, ich krieg das nicht gewacken. Ist nicht schlimm. Ja, ja, ja. Ich weiß. Hm, komisch. Oh, ich fliege hier drunter. Was ist das? Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich ziemlich gut. Die Decke ist hier drunter. Ja, deswegen machen wir die Tür bitte zu, weil es ist komisch, wenn die offen ist. Kein Wunder, dass es mir so... seltsam ist. Oh, ja. Ich denke mal so in einer Stunde, oder? Was meinst du? Komisch. Hm. Das glaube ich sofort. Oh, der fliegt immer runter, weil diese... Hm, ich kann... Hm. Das kann ich sogar mal festglauben. Sag mal, du sollst hier kein Sticker-Slack machen, sondern... einfach da rauf. Ja, klau mal. Du bist... Du bist schon die Klau-Manie. Klau mal ein Kissen. Ein Kissen. Ein Klaustall. Ein Klaustall macht den Au-Stall. Okay. Puh. Gut. Puh. Ich bin... Ja, ich... Ich weiß. Ja, mach ruhig. Gott, das ist das Lied. Ich find's cool, bei solchen Skateboard-Spielen, dass die manchmal so Musik-Titel mit eingebaut haben, von so Weltbekannten, und ich flieg auf die Fresse. Ich kann es nicht besser. Mann. Ich will doch nur dieses Hedden-Tape. Gott, Leute, ihr seht ja, ey, wie ich hier Tony Hawk spiele. Schlecht. Ich hab schon mal... Ich hab schon mal... Ich hab schon mal... Ich hab schon mal Golfen auf dem PC gespielt. Ja. Wie dein Auto. Hap. So, jetzt bleib bitte da oben, wenn ich's dir sage. Okay. So, jetzt bleib bitte das... Okay.